Oh, der Martin ist schon gar nicht so aufgestorben, oder? Nee, irgendwie nicht. Das hängt glaube ich mit dem Geld zusammen. Prozentual für Geld. 22.000 oder so. Ja, also. Ich hab... 39 jetzt noch. Ja, also. Ja, klar. Es ist klar, dass es bei dir teurer war. Wird glaube ich prozentual abgezogen. Ist ja auch schon so viel Kohle. Geht ja gar nicht. Tja, ich bin halt ein Jäger-Sammler. Wird ja auch so viel Geld haben. Geld, wo man findet, kriegt man ja aufgeteilt eigentlich. Ey, was ist da los? Boah, leck mich. Ich kann auch Granaten schmeißen, ihr blöden Penner. Boah, shit, 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 shit. Fieserleise ist raus! Sobald du alle Höfen zerstört hast, es ist für die Valditen viel zu kalt um zu kämpfen. Sie chillen dann! Ach, 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 ach! Chillt dann! Spreit nach! Spreit nach! Es soll ja Menschen game, die chillen immer. Echt? Ja. Tschüss. Hier gibt's Artefakte. Schau mal, es ist lustig, weil schön so viel wie entspannen bedeutet, aber auch frieren heißen kann. Ein einziges Wort mit mehreren Bedeutungen. Boah, hier kommt wieder einer raus, Achtung. Ich liege, ich liege, ich liege. Ja, ich sag's gerade, in Schönen liegt da einer. Geh mal mit. Ich muss ja nicht mehr da hochklettern. Oh, Fabi, eine lila Sniper. Ja, schau dir die mal an. Alter! Die ist ja voll übel. Martin, wir können ja mal gucken, ob du oder ich die nehm. Das ist ja richtig geil. Ja, was hast du denn für eine? Ich glaub, meine ist was besser als deine. Meine ist 146, 94, 1,2, 4,2 und... Ja, dann nehm ich die, mach ich dann besser. Cool, dankeschön. Alter, wie die aussieht! Wie geil. Was ist denn? Hohohoho. Ja, das ist immer so, die mit den großen Wummen müssen halt irgendwas... Natürlich. Aber eigentlich hast du schon so ne geile Pistole, man. Ich hätt sie nehmen sollen. Es geht. Aber er ist ja eigentlich die Sniper-Klasse von dem her. Hier ist eine... Hier ist eine Pistole mit 127 Schaden. Okay, du hast an allen Löwen Sprengstoff angebracht. Zeit, ihn hochgehen zu lassen. Verwerte dafür die Fernsendung, die einen Crimson Raiders dort angebracht hat. Als er nach dem Warum fragte, sagte ich nur, bleib cool! Oh ja, Schilde! Oh ja, Schilde! Das... also... das Nova-Schild find ich cool. Das ist richtig geil. Das Nova-Schild würd ich... würd ich nehmen. Ich würd es linksnebendran, oder... Oder rechtsnebendran. Nichts egal, nehmt erstmal ihr, ich hab jetzt meine Sniper. Bin glücklich. Dann nehmt ihr das halt. Ohhhh, ich muss kurz mal niesen. Sowas Böses. Ich versuch mal ein Mikro mal ganz, ganz weit weg zu halten. Okay. So. So. Ähm. Ja so, ich hab mir Artefakte aufgesammelt. Und die Öfen zu spüren und die Banditen tief zu kühlen. Ja ne, ich hab hier noch Artefakte. Vielleicht will hier jemand eins davon. Einmal hab ich eins erhöht, die Waff... äh, Waffefähigkeit eines bestimmten Herstellers. Und Schildkapazität mehr. Und einmal Abfliegen kann... Seid besser, bla. Ne, will ich ganz. Ihr schlagt euch drum, also wach halt ich so. Au. Au. So ein kranker Mistkerl, ey. Der Claptrack? Jajaja. Ohne ihre Öfen wird es den Banditen viel zu kalt sein, um Leute zu killen. Wer hat unsere Öfen zerstört? Töte die! Lachen Mist! Aufgepasst untertan! Sie tragen mitzu! Erledige sie! Sie tragen mitzu! Komm der mal runter! Er meck mich im Arsch, wie gehen die Snyder vorwärts? Ich komm runter, ja. Sieht doch voll geil aus, macht so kleine Schiss. Wo, wo, wo? Ich bin da auch mal wieder ne gute Waffe gebrochen. Du. Nicht nur du, nicht nur du. Also ich bin auf jeden Fall erstmal bedient. Du wurdest bedient. Du wurdest bedient. Mit Schad also ihre Waffen fallen zu lassen und vor der Kälte zu fliehen, setzen sie Mützen auf. Was soll's? Wir haben trotzdem gewonnen. Komm zurück! Dann fahren wir mal. Blü, 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 blü finn's Spaßmobile. Komm gleich. Ich will auch mal fahren. Ich bin noch nie gefahren. Hey, das macht Spaß. Setz dich rein, Arnold. Wo kann man denn mal rufen? Oh, es ist hart. Ah, hier. Wir müssen immer Plan machen, dass wir fahren wie gesenktes Soil. Auf Y. Das ist jetzt gar nicht am Geschäftsplatz. Oh, Mann. Er kann ja 10 drücken. Nee, dahin komme ich nicht, kann ich immer noch. Rechts oder links. Echt? Da sind wir doch doof. Fahrt mal hinten rein, hä. Das ist der dort. So, sind wir nach hier. Komm her, voll abdriften, ey. Yeah. Du hast nicht so ein interessantes Gefühl. Mein Schillenwitz nicht kapiert hast. So ein Auto bräuchten wir bei DayZ, Fabi. So ein Auto bräuchten wir bei DayZ, Fabi. Oh, ja, Mann. Das wär echt die Härte. Ich hab sie. Du brauchst... Was ich wolle. Also damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. So. Jetzt müssen wir aber mal nach hier Fridge, Fridge gehen. Zum Kühlschrank? Zum Fridge, ja. Ja, hey! Ah, ich fand's cool. So. Hier geht's lang. Arnold, hol mich ab! Opfer! Bist du? Ja, weg! Wir müssen uns wieder treffen. Wenn du die Fridge definitiv nackst. Wir kommen uns nicht ins Gags. Die Fridge durch Querer. Der Kühlschrank muss. Die Kühlschrank durch Querer. Fridge! Ohhhh! Get out of the refrigerator right now! Wo dann müssen wir da? Wop 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 wop! Ah, da sind sie. Die sterben alle! Fabi, ich glaub wir werden sterben. Na, irgendwie so. Ich als Fahrer. Du als Fahrer, ja. Wahrscheinlich aufgestiegen. Bist mit der Ausflug! Oh, raus, raus, raus! Boah. Das war knapp. Meine Nase läuft. Meine Nase läuft. Da oben kommt einer. Hat die auch einen Element-Schaden eigentlich, die Sniper? Ähm, ja, Säure. Ziemlich extrem. Extrem Säure. Extrem. Aber, ähm, ein Schuss braucht auch, also ein Schuss braucht zwei Munition. Und wenn ich anlege und ziele, dann gibt er drei Schuss ab. Also sechs Munition gleich weg. Was ist all heck? Ich hab 15 Magazin, wenn ich da zwei, drei mal abdrücke. Tick, 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 tick. Das ist leer. The Fridge. Cool, hier leuchtet's. Was seid denn hier? O-Bone. 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 The Roof, Bitch. Over the O-Bone. Was geht denn da? Ich brina, ich brina. Etwas ist unser Kletter-Künstler hier. Gesetz seitens gehen Army. Gell? Habe is. Jetzt hängt er da. ISH HANGilling!! Ahhh. Geschenning hat recht jetzt. So. Gillie machen Felix. Komm, usw. Ach, Are you performing! Ach, dieехse. Mach den Felix hablar. Jjihou. Und da hat er die Schallmauer durchbrochen. Ja, eindeutige. Come on, man. Ich bin jetzt auch grad, wo ich hier hochrenne. Das ist der tolle Kristall hier. Ich geh jetzt in den Kühlschrank. Geil. Sanctuary ist verschwunden, Mist. Ihr zwei sind keine Freunde mehr, oder? Nee, sind wir nicht. War man noch nie. So eine Schneise. Die Tür ist vereist. So eine Schneise, die Tür ist vereist, sehr gut. Du musst auf das Ding schlagen. Das Goldene. Ja, aber ich treff's nicht. Ja, wie machen wir das weg hier? Mit Feuer, oder wie? Ja, ist jetzt auch schon grad weg. Bei mir ist es noch da. Alter, Alter, voll kaputt bei mir alles. Ab in den Kühltrang. Juhu. Juhu. Ich sollte mal, ich sollte mal Skilled, ich hab zwei Punkte noch zu vergeben. Na, muss ich auch mal machen. Die Leute werden schon die Kommentare schreien. Juhu. Juhu. Was war das? Kill, du bitch. Kill. Kill, du bitch. Kill, du bitch. Kill, du bitch. So, was mach ich jetzt? Alter. Diese laufende Nase, gell? Scheiß Wetter, ey. Ja. Scheiß Wetter. So, nächste Aufnahme machen wir von Malle, würd ich sagen. Ja, ich würd's auch sagen. Hm. Hier gibt's nen Mord für nen Gunser, oder? Finks. Plus eins, Kugelregeneration. Ich glaub, eins ist besser. Was haben wir da bekommen? Hey, cool. Das Finks Slaughterhouse. Geht bestimmt ab. 1,1. So braucht man eine Approvation, wenn man Steel hat. Ich habe von Anfang an Jacks Befehlen gehorcht. Jack hat aus dem Energiekern, den du gefunden hast, ein Hyperion-Netzwerk-Aplink gebastelt. Dadurch hatte ich Zugriff auf die Verteidigungsanlagen von Sanctuary und konnte sie runterfahren. Das alles gehörte zu Jacks Plan. Ja, und jetzt? Das war keine tolle Entschuldigung. Gell. Das war echt scheiße, die Entschuldigung. Wenn du willst, kauf bei mir hier. Oh, da ist ein Rad. Da gibt's bestimmt Gegner. So, Mammalidi. Oh, was läuft da vorne? Nein, gerade. Ich schieß mal. Halt. Oh, die schießen. So komisches Zeug. Da steht jemand eingefroren. Alter. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ballert da hinten wieder? Die Fritsch. Wie sie aussieht, ja. Wie sie aussieht, ja. Geht ja gar nicht. Leute, Hilfe. Wo bist du? Wo bist du? Was los? Er riecht köstlich, hat er gerade gesagt. Oh shit, Leute. Schluss. Noch ein paar... Wann aufgescheucht? Schienen einfach mal einen Ruler. Nee, ich bin ein Aufscheucher. Oh. Oh da, Flugviecher. Oh nein. Ich stelle hier mal ein Chip. Ich stelle hier mal ein Chip. Stirb. Hier gibt's ein Schild. Wow. Mit 749 Kapazität. Boah. Aber ist nicht so geil. Kapazitätsruher im Schild. Was gibt's da oben? Den Arnold. Was gibt's da hinten? Pasch zu. Was gibt's da hinten? Pasch zu.